Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo von Plakos. In wenigen Minuten erfährst du alles Wissenswertes über den Ausbilderschein und wie du die dazugehörige Ausbildungsprüfung bestehen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß damit. Dir macht das Arbeiten mit jungen Menschen unheimlich viel Spaß? Du möchtest sie bei den ersten Schritten in der Arbeitswelt tatkräftig mit Rat und Tat unterstützen? Dann ist der ADA-Schein genau das Richtige für dich. ADA steht für Ausbildung der Ausbilder. Mit dem ADA-Schein qualifizierst du dich also zu einem Ausbilder bzw. zu einer Ausbilderin und begleitest Lehrlinge von Beginn bis zum Ende ihrer Lehrjahre. Bevor du einen Ausbilderschein in den Händen halten kannst, musst du zunächst an einer Prüfung teilnehmen. Diese Prüfung wird als Ausbildereignungsprüfung bezeichnet und von der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer des jeweiligen Bundeslandes durchgeführt. Der besondere Clou? Egal in welchem Bundesland du die Prüfung auch ablegst, du kannst schlussendlich in ganz Deutschland Lehrlinge ausbilden. Der ADA-Schein ist also deutschlandweit gültig. Um an der Ausbildungseignungsprüfung teilnehmen zu können, musst du keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Du kannst dich demnach jederzeit zu einer Prüfung anmelden. Um jedoch schlussendlich als Ausbilder bzw. Ausbilderin tätig zu sein, musst du neben dem ADA-Schein auch eine fachliche Kompetenz nachweisen. Dies geschieht entweder damit, dass du diese Ausbildung selbst durchlaufen oder ein Studium in diesem Gebiet abgeschlossen hast oder eine mehrjährige Berufserfahrung vorweisen kannst. Der ADA-Schein plus ein Nachweis deiner fachlichen Kompetenz macht dich somit erst zum Ausbilder bzw. zur Ausbilderin. Und du fragst dich jetzt, was dich genau bei der ADA-Prüfung erwartet und wie diese aufgebaut ist? Einstellen solltest du dich auf zwei Bereiche. Einen theoretischen sowie einen praktischen Prüfungsteil. Im theoretischen Teil geht es um die Prüfung deines Fachwissens. Hier warten also Multiple-Choice-Fragen auf dich. Bei der Praxis hast du dann die Wahl. Möchtest du eine Präsentation halten oder lieber an einem Rollenspiel teilnehmen? So oder so folgt am Ende ein Fachgespräch über deine Darstellung. Im praktischen Teil geht es also darum zu sehen, wie du dein erlerntes Wissen letztendlich anwendest. Damit du die Ausbildereignungsprüfung bestehst, ist eine Sache enorm wichtig. Eine rechtzeitige und engagierte Vorbereitung. Wie du für die Prüfung lernst, ist natürlich dir überlassen. Neben dem eigenständigen Lernen mit einem Buch oder in einer Gemeinschaft oder in einem Vorbereitungskurs empfehlen wir dir ein Online-Training mit einem Testtrainer deiner Wahl. Du solltest beim Testtrainer jedoch darauf achten, dass die Übungen aktuell sind und dir im Anschluss auch die richtigen Lösungen angezeigt und erklärt werden. Nur so ist eine optimale Vorbereitung gegeben. Ein Testtrainer, der dir sowohl aktuelle Übungsaufgaben als auch Lösungswege garantiert, ist der Ausbildereignungsprüfung Online-Testtrainer von Plakus. Mit diesem Testtrainer erhältst du weiterhin einen Zugriff auf die Lernen-App als auch zum dazugehörigen E-Book. Wenn du deine berufliche Zukunft in der Ausbildung von Lehrlingen siehst, dann ist der ADA-Schein deine persönliche Eintrittskarte. Damit du die Ausbildereignungsprüfung bestehst, ist eine optimale Vorbereitung sehr wichtig. Ob mit einem Buch oder mit einem Kurs oder mit einem Online-Testtrainer, lerne, wie es am besten zu dir passt. Schreibe uns gerne in die Kommentare, wenn du noch Fragen zum ADA-Schein hast. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir deinem Plakus-Team.